geht jetzt direkt los haben sie geschrieben ja egal im hänien kann auch alleine ein bleibt metro jetzt echt also eine runde aufs maul kriegen jetzt gibt es eine verteidigung einer klärt mal dass wir die karte dann gleich neu starten weil bis ich da bin sind zwei bomben geplanten wir machen ja angreifen also ich bin angreifer wir wechseln ja ein spieler gerade wenn es los gehen schon mal falls oder verteidigen bravo squad geht auf alpha einfach so weil wir gerade da sind einfach weil ich bin gegenseitig sind sicher ok der zeigte euch mal ihr ziel an die sprechen sich gegenseitig ab haben die gleiche schlau gemacht oder noch nicht ich habe keine ahnung das war ich ja du bist mir in den lauf gelaufen du hast ja nicht gesehen ich habe einen erfordern das passt oh ne wir sind am hörs an bei b ist einer bei b ist einer ok geht gleich jetzt sind wir wahrscheinlich angreifer oder das wird jetzt zweimal drehen also das bravo squad greift weiterhin alpha an oder einsprüche bitte was hast du gesagt bravo squad greift weiterhin alpha an beziehungsweise verteidigt alpha bravo und charlis sport ist springer oder kann aufklärer machen je nachdem oder kann mörsen kurz kurz wir haben jetzt die squads ja wieder da wir machen denn das ist natürlich offen ekelig jetzt ist verteidiger wieder was macht das charlie squad verteidiger das ist glaube ich die einzige relevante zu den furcht ja nein das ist egal jeder versorger nimmt mörser mit weil alles andere hat sowieso keinen zweck hier die vier an die bombe ja von mir aus 94 also ich nicht mörser mit ich nehme mörser mit und die m 60 ganz ruhig geht los geht los mehr also bravo es gehört an alpha alpha war wurde wie heute ja und charlie springt zwischendurch wenn man deckung ich mach mal eine klamour dran kann charlie nicht versuchen kann das funktioniert doch nicht wie willst du ihn rücken machen du hast auch ständig respawn ist mir ganz ehrlich ist mir jetzt bei der verteidigung egal heiße ich fange siehst du mörser an nehme ich ja ja das habe ich meine schräge wir gehen auf b ich habe mörser vernichtet achtung b wird angegriffen auf links beschoss wali b nicht dran sind dran bei mir bei a ist jemand da ist rechts einer hab ihn ist weg da ist ne barke noch einer ja das ist ne barke was war das denn jetzt was hat mich denn jetzt getötet ich bin auch im kampf gefallen ich hab's denn was denn ich hab's eigentlich nicht mal beim einsatz auf den weg ich hab's eigentlich nicht mal beim einsatz auf den weg gemacht der der gelegt hat äh feuer da ist ne spornbarke die haben 3 Minuten auf B spornbarke so man ich kann nicht spornen so bist du nicht sporn gemacht die muss dann jetzt eh auf B einer dran ist tot und da ist ne barke noch die ist vor B direkt schräg vorne dran links ist doch gespottet hab B ich hab'n doppel kill bei 1 bonbarke hab ich bonbarke hab ich gut aber da ist noch eine vorsicht die mörsern jetzt ne ich hab jetzt mörsern zu gestern Entschuldigung helfe du bist beim weg gelaufen vorverteidigung legen pass auf Achtung hinten von hinten beschuss von hinten beschuss von hinten beschuss habt ihr den bei B ne einen hab ich ne ach das gibt's doch die scheiß mörser hier ey ja die mörs ich hab's gesagt dass die mörsern geht den Deck ach du da ist schon wieder einer dran bei B pass auf alles legal wir haben ja nen guten Mörser bei uns im Team ich kann's noch nicht wissen ich kann auf beides aufpassen nicht auf mich schießen doch eigentlich bei A ich hab's ja mörser dir auch da steht noch ein zweiter mörser Vorsicht und dann hab ich gleich einen mitgetönt von denen Achtung bei bravo sind drei Leute ne der bei bravo bei Alpha scheiße ich hab die Knaten vor zwei, zwei, drei, drei, drei wir sehen es drei, zwei und dann in die Richtung geguckt und dann in die Richtung geguckt Vorsicht Sniper! Den hab ich! Ne Maffe ist unterwegs, Vorsicht! Ich mördere zurück, ihr dummen Penner! Ich vernichte die alle! Ja, ich hab den ja gut gekriegt. Denkst du auch. Wenig verzieht. Aufsatz! Wieso sind wir zu fünft in einem Spot? Wollte ich nicht, aber ist okay. I'm a maniac. Ach, Randy hätte bei dir mit reingemassen. Genau, der ist jetzt bei uns. Ach, jetzt haben sie mich! Farsi, das ist doof! Willst du dich tauschen? Nein, das ist egal jetzt. Ist okay jetzt. Ist egal, ist egal. Wir kriegen gerade so böse auf die Klatsche, ey. Ja, ich bin tot. Hinten war der. Ich muss nicht so nah zusammenstehen wegen den Börsern. Wenn wir gleich angreifen, müssen wir uns überlegen. Obwohl das auch. Ach, mein Mörser ist Geschichte scheiße. Ach, schon wieder wie? Der jagt nur mich. Wie kann der mich denn sehen, ey? Ah, die Mörser. Ah, du bist zu spät und wir gewinnen gerade. Die spielen keine Fahrzeuge. Boah! Ich brauche Munizierung. Wen hier kannst du welche? Hier, wo ich... Weißt du, wo ich lag? Da sind welche gesprungen. Achtung! Feindlichen Mörderbeschuss! Hast du gerade gesagt? Ja, ohne Fahrzeuge. Ohne Fahrzeuge? Ja. Ohne Fahrzeuge sowieso nicht. Ohne Fassade. Wir haben gerade locker gemacht. Und die voll nackig gemacht. Ja, danke. Ich hab die links auch. Ja, es braucht nichts. Linker Seite B, Richtung Wasser. Ja, Richtung Wasser, da waren eben... Hier ist eine Spawnbarke. Muss ich erstmal wegmachen. Ey, ich brauche noch einen Kontermörser. Sonst kriege ich das alleine nicht hin. Die sind meinen Mörsern anzumfetzen sofort. Wenn die... Ja, da war nix mehr. ...rennen und die Mörser kriegen. Direkt wo ich... Ey, dieser Grave-Tinger, der kann... Das kann der mir nicht erzählen. Wenn ich den MG treffe, dass der mich noch einmal wegsniper hat. Mit einem Schuss. Ich renne jetzt wieder an der Front, sorry. Wo sind sie? Hier! W, W, W! W legen sie! Aber er ist weg. Nicht so nah zusammenstehen! Allein schon wegen den Mörsern. Die kommen vom Wasser, ne? Es sind zwei an W. Sniperbeschuss. Vorsicht, und nicht stehen bleiben zu viele. Mit ihren blöden Mörsern schießen sie genauso gut zurück. Achtung, Wasserseite! Wasserseite! Ganz links aus am Wasserrand. Gespottet. In A-Team. Feindliche Barke gesichtet. Mörserbeschuss setzt schon wieder ein. Vorsicht! Danke, Wendy. Da hinten ist ein Mörser gespottet. Ich stehe die Mörser wieder hinten auf. Wendy, jagst du einen Mörser da hoch im Karten? Ich hab da hinten einen Spawnbarke weggemacht. Ich muss, glaub ich, gleich auf Kampfdrohne wechseln, ey. Kann ich nicht probieren und... Ich krieg keinen Mörser mehr nach. Ich krieg keinen Mörser mehr nach. Scheiße, egal. Erst machst du ja Mörser da. Achtung, pass auf! Am Wasser. Am Wasser ist auch ne Barke. Mörserbeschuss! Sniper ist markiert! Pass auf! Nicht stehen bleiben! Riskiere das nicht stehen zu bleiben! Mach mal los! Was? Mach mal los! Ja, mach! Das muss weg! Sonst Mörser die uns nur weg! Down! Alles klar! Der hinten links ist auch ne Barke um... Pain! Fuck! Jetzt kommen die alle! Da ist ein Sniper nicht weg! Da ist ein Sniper nicht weg! Oh, komm mal los! Wo mit den einen, komm mal gerannt! A und B und so... Wir machen Spawnen! Ja, tu mein Bestes! Ja, tu mein Bestes! Wir sind wieder da! Wir sind wieder da! Hm! Der Mijic, der muss irgendwo hinten campen! Die Dome, Drecksau! Ich brauch... Ich mach jetzt mal Kampfdrohne! Dann geht er mir nie raus, Sack! Ich glaube, ich wechsle... Abnahroschen! Fraziske Soldat! Ball B! B! Hab ich! B sieht sauber aus von mir aus! Fuck! Mörser! Mörser ist plattfeindlicher! Nehmen wir jetzt eh einen vertrückender Beschuss! Achtung! Die sitzen links von B und greifen kommen über die Mitte! Boot kommt, Achtung! Schmiedboot! Boot kommt links! Absolut! Wartens! Ist das Boot weg? Ne, der ist ausgestürzt! Warte! Ich hab's gesehen! Ne, doch nicht! Leute, bei Alpha! Aufpräge! Ok, ist gut! Wollen die hatten! Ja! Er war näher als erwartet! Verteilt euch, wie gesagt! Nicht so eng zusammenstehen! Pain und... ...und... 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 ...und so weiter! Ach Gott, da sind ja drei Leute um hier rum! Ich verpässe mich! Ja, ist klar! Das ist egal! Wenn der Mörser einsteckt, ist das für alle kacke! Och fuck, Sniper! Da, wo es brennt! Infi! Hab ihn schön! Er ist da unten! Mörser ist wieder unterwegs! Jetzt geht mein Mörser verrecken! Kacke! Aua! Ein Mörser-Einschlag bei mir! Da, wo Jumann zuletzt war! Weg da! Ich hab's grad zu überlegt! Mörser zwei Feindmörser! Vorsicht! Feind vor uns! Er ist ein Feind! Auf dem Boden! Backe! Wreck vor B! Da ist doch irgendwie ein Bewegungsmelder vor B! Ist auch ein beginniger Besuch! Guck mal, wie hat Bewegungsmelder! Achtung! Schon wieder eine MAF! Links über den See ist schon wieder eine MAF! Danke! Ist kaputt! Bewegungsmelder weg! Ich hab da eine Granate, glaub ich, hingeworfen! Aber ich hab keine... Ah, die haben einen Mörser vernichtet! Ich krieg keinen neuen! Die wollen Mörser nach... Die nebeln über die Mitte! Vorsicht! Die wollen nach B! Die schmeißen mit Nebelgranaten! B! Bewegungsmelder! Das ist Bewegungsmelder! Bewegungsmelder! Im Mittelgang ist einer! Richtung A! Da hat noch A! Drei! Ein in der Mitte hab ich! Noch 15! Noch 14! 13! Achtung! Doppelmörserbeschuss! Vorsicht! Elf! Oder zwölf! Zwölf! Komm! Wasser! Komm! Wieder welche! Hast du mich weggemacht? 0-9! Achtung! Achtung! Boot kommt! Warte! 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 Hilf denen schon! Ich bin weggegangen! zusammenstehen nicht so nah zusammenstehen linke seite steht noch was im wasser ich hab gedacht die hat den sniper dahinten oh ganz schön ah Mellai macht dich glücklich wir tun mir fast schon leid echt jetzt ist noch nicht mal ne spiel wirst du spiel mal eine halbe stunde habt so zwei karten gespielt und beide gewonnen ähm wir müssen wahrscheinlich jetzt smoken oder wir hauen mörser gleichfalls nur sannis ne das bringt uns weil die mörser dann auf einer stelle zweimal einschlagen ich mach Sniper und setz ne Spornbock rückgrund es gibt nur einen Haystart ne ansonsten passt es nicht ja gut stimmt geht dann gleich los wer in unserem Squad nimmt einen Sniper wichtig ist nur wer macht einen Mörser ne irgendeiner in unserer Klasse ich kann auch von mir aus ne Kampfdrohne drehen die Kampfdrohne haben sie die Vspawnzeit wieder runtergedreht bravo squad und Sniper wegen ner Barke und das bin ich nicht ich weil ich bin schon sowieso Squad Leader ja gut also ich mach Sniper aber auch Spornbock ne ich mach weiter Versorger ich bin schon ich bin ja schon Leader und was mach ich als Sniper dann? ähm du nimm dir ne PDW mit kannst du ne PDW und ne Spornbock das wichtigste ist die Spornbarke vorne abstellen oder? einfach irgendwo ne Barke sicher ne Barke und dann ne PDW oder meinetwegen ne ich hatte jetzt wieso ne DMR ja